Hallo, ich bin Olli Hüsing und das ist Wer Weiß Mehr. Zählt alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft der Hain-WM 2006 auf? Oliver Kahn. Bastian Schweinsteiger. Arne Friedrich. Lukas Podolski. Timo Hildebrandt. Torhüter Jens Lehmann. Erstmal hier dir was wegnehmen. Super Mertesacker. Thorsten Frings. Philipp Lahm. Miroslav Klose. Eieiei, jetzt wird schon langsam eng. David Odonkor. Oliver Nubill. Mike Hanke. Michael Ballack. Oh mein Gott, jetzt wird es eng. Thomas Hitzlsperger. Thomas Hitzlsperger, so was hier. War ähm... Ich hab mich an den Film erinnert, wenn ich geguckt hab. Die Sequenzen. Borowski noch, oder? Tim Borowski, genau. Robert Huth. Tim Borowski, Robert Huth. Na, du darfst noch nicht alle aufzählen. Robert Huth. Das war jetzt dämlich von mir. Clever von mir, war kurz... Aber, nee, bei mir hört es jetzt echt auf. So langsam. Dann nehme ich Simon Rolfes. Simon Rolfes, oh mein Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dabei war, wenn ich ehrlich bin. Oder ob das schon zu spät ist. Bernd Schneider. Gerald Asamor. Der DJ. Der Kabin-DJ. Marcel Jansen. Das ist der zweite Strich, ja? Das ist der zweite Strich. Manuel Friedrich? War der dabei? Der war nicht dabei. Der war auch bei Leverkusen. Der war lange bei Mainz. Auch der zweite Strich. Christoph Metzelder. Yo. Ulf Kirsten. Mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem, weil ich gewonnen habe. Mir hat es auch trotzdem gefallen, weil es mal interessant war, was so noch im Hinterkopf bleibt. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich bin natürlich auch deutlich jünger als der Oliver Müllling. Ich bin ja. Ich bin ja.